Peace Leute, ich bin deiner Keesboy. Leute, heute Abend ist ein Schlaß. Wir machen. Hallo. Und Leute, endlich geht's weiter mit meinen Videos, Leute. Heute kommt nur dieses Video hier, Leute, weil ich bin heute von den Jungtabern gekommen zurück, Leute. Und Leute, morgen kommen dann 5 Videos, Leute. Also könnt ihr euch schon mal hier fast machen, Leute. Und heute machen wir ein Ritual. Heute machen wir das Wall-Ritual. Das Wall-Ritual ist eine Kreatur, die wird sich von hinten töten. Und ja, Leute, meine Stimme ist gerade ein bisschen kaputt. Was ich davon brauche, ist eigentlich gar nicht mehr. Nur ein Partner, Kamera, ein Zimmer, ein Bett und das war's, Leute. Man muss dreimal sagen, Wall-Ritual rauf, Mom. Komm her, Mom. Okay, wir gehen mal in 3, 2, 1. Wall-Ritual rauf, Wall-Ritual rauf, Wall-Ritual rauf. Leute. So, Leute. Jetzt ist nichts passiert. Aber trotzdem, wenn euch das Video gefallen hat, gib ihn dann auch um da. Das sage ich einfach mal. Bis zum nächsten Video. Bis morgen. Auf den Videos. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.